Ich bin neulich seit langem mal wieder bei Musikvideos hängen geblieben und da waren auch einige aus den 80er und 90er Jahren dabei. Und ich lache deshalb, weil da waren viele dabei, bei denen ich echt schmunzeln musste. Aber es kamen auch wunderschöne Erinnerungen aus meiner Jugendzeit hoch, denn ich meine, was man damals noch getragen hatte, was die Stars anhatten und wie überhaupt Musikvideos damals noch aussahen. Da habe ich mir gedacht, das muss man doch wieder hochleben lassen und das werden wir heute in dieser Show tun. Dazu brauche ich natürlich einen großartigen Tanzpartner, sozusagen einen Tanzgott. Ja, Sie wissen schon, geschmeidiger Körper, ein einziger Muskelstrang, kein Gramm Fett am Leib. Da kam eigentlich nur einer in Frage. Herzlich willkommen, Ralf Schmitz! Hallo, guten Abend! Wow! Ah ja? Wow! So, ich habe alles richtig beschrieben. Total? Ja, Ralf, bin ich richtig, wenn ich sage, tanzen ist dein Leben? Absolut, mein Leben, ich mache nichts anderes, dafür kennt man mich. Ja, ja, ja. Nur tanzen. Ja, wir haben uns eine kleine Challenge vorgenommen und dazu muss ich tatsächlich auch ein bisschen verkabelt werden, also umgekabelt werden. Du musst umgekabelt werden? Also damit ich meine Hände frei habe. Okay, das ist klar. Das macht die liebe Svenja. Soll ich irgendwas tun? Nee, aber guck mal. Achso, du kannst meine Haare halten, hat sie gerade gesagt. Deine Haare? Ja, komm. Okay, ich halte deine Haare. Ja, halt mal deine Haare. Hör mal, ich kann auch sowas hier machen. Ich lenke ein bisschen ab. Ja, lenke ab, okay. Ich ziehe die Jacke wirklich aus, so. Ist dir jetzt schon warm? Mir ist warm, tierisch. Wir machen heute nicht Speed Dating, sondern Speed Dancing. Ja. Achso, sie prüfen nochmal, gut. Wir werden jetzt nämlich... Du. Haben schon angefangen, ich war eingenickt. Entschuldigung. Nein, es geht los. Entschuldigung. Ich übergebe, zack. Das hat ja reibungslos funktioniert. Perfekt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mit uns zu tanzen. Denn die Choreos sind eigentlich bekannt aus den Videos. Wir haben uns natürlich nur die markantesten rausgesucht. Und ich würde vorschlagen, wir legen los, oder? Wir legen los, gerne. Ja, komm. Jederzeit. Bist du bereit? Bist du denn wirklich bereit? Ich bin sowas von bereit die ganze Zeit. Ich bin sehr bereit. Okay. Totale bereit. Dann liegen wir. Hopp an Gangnam Style. Ja, wir können jetzt wieder auf die Runde. Gangnam Style. Hopp, 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 hopp. Hopp an Gangnam Style. Haha. Gangnam Style. Hopp, 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 hopp. Hopp an Gangnam Style. Hopp, hopp, hopp. 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 Hey, I'm not that innocent All the single ladies All the single ladies Now put your hand up Feeling is believing I can't have it all Now I'm dancing for my time It's up to jump to the left And then it's up to the ground With your hands on your hips And when you need to try Then it's the building cross The building doesn't insane Let's do the time for the end What are you looking at? Can you touch this? Can you touch this? Thank you Atomlos durch die Nacht Spür, was Liebe mit uns macht Atomlos schwindelfrei Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ich buche dich definitiv als Tänzer für meine nächste Show! Wirklich? Ja! Ich nehme dich beim Wort! Danke, dass du... Bei dir als Tänzer hat man Aufstiegschancen Ja! Großen Spaß! Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir! Vielen Dank, dass du mitgemacht hast! Ralf Schwind! Ja! Handy управiverfig Ja! Untertitelung des ZDF, 2020